Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Stanley Parable. Wir fangen wieder ganz neu an. Ja, wir wissen, dass die weg sind. Blablabla. Genau. Wir gucken mal, dass wir die anderen Enden hinkriegen. Wenn Stanley kam zu einem Set von zwei öbten Türen, hat er die Tür auf seinem Lied. Nein, wir gehen jetzt mal immer die rechte Tür. So, hier ist der Personalraum wieder. Wunderschön. Nö. Wir müssen jetzt den Lastenaufzug nehmen, aber eins der Enden, die wir anstattdessen machen können, ist... Ja, Geronimo! Ja, das war Ende Nummer 1, was wir noch nicht hatten. Wir testen ja jetzt, beziehungsweise wir arbeiten uns ja jetzt durch die ganzen anderen Enden noch durch. Bloß ich bin mir bei manchen nicht sicher, äh... All of his co-workers were... Wait, no. This isn't the right office, is it? Is there Stan's office? Hä? Okay, er hat jetzt schon mal irgendwie was anderes erzählt. Sind wir nicht in unserem Büro gestartet? Ja gut, es lag gerade ein bisschen, das ist ein bisschen merkwürdig, aber das sollte auch wieder weggehen. Ja. So, wir bleiben dabei, wir nehmen wieder die rechte Tür. So, ich mach das jetzt ein bisschen schneller einfach. Ich muss nebenbei immer mal kurz lesen, was wir machen müssen. Okay, wir gehen wieder nicht hier rein, sondern wir gehen hier hin. Können wir hier eigentlich raus? Nee. Okay, dann gehen wir mal auf den... Lastenaufzug? Ich muss mal ganz kurz noch was gucken. Äh... Hm, 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 hm. Okay. Hier soll irgendwo ein Gehsteig sein. Aber das ist, dass die Geschichte über nichts, sondern dich, all diese Zeit. Hier soll ich nicht öffnen, okay. Hier soll ich nicht öffnen, aber ich möchte euch wirklich helfen, um etwas schönes zu zeigen. Die Tür können wir nicht öffnen, okay. So, Leute, jetzt haben wir wieder was Neues, was wir noch nicht hatten. Freue mich voll, wenn wir was Neues entdecken. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, hier können wir nicht lang. Wo sind wir denn jetzt? Der Erzähler will uns beweisen, dass er ein netter Kerl ist. Jetzt, hör auf, das ist wichtig. Stanley geht durch die rote Tür. Okay. Okay. Hier gibt's mehrere Varianten. Steht doch alles auf meinem klugen Zettel. Wir glauben ihm, wir gehen durch die rote Tür. Und ich denke, ich habe eine Lösung hier. Lass mich euch zeigen. Oh, okay. Und anscheinend ist das Spiel jetzt wieder neu gestartet worden. Nehme ich jetzt einfach mal an. Dass es dem so ist. Ach schön, also diese Möglichkeiten. Okay. Okay. What do we want? What are we looking for? Hmm? Ach, toucheinend. Wow. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment, with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Ich nehme an, wir sollen dann hier lang gehen. Alter, was ist das für eine Drogennummer? Krass. Aber schön, Donnerwetter. Sehr hübsch, mich interessiert es mal, ob wir jetzt hier runterspringen können, aber ich will erst mal das machen, was wir machen sollen. Ah ne, wir können hier nicht runterspringen, hier ist eine unsichtbare Grenze. Oder? Ja, hier ist eine unsichtbare Mauer. Okay, aber wir gehen hier mal in die Tür. Die Tür! Hä? What the hell? Oh, jetzt ist er fast schon ein Horror in der Menschheit. Ach du Scheiße. Können wir hier echt runterspringen? Ich glaube, wir würden ja dann sterben, oder? Wir können hier tatsächlich runterspringen. Guck mal, eigentlich bin ich schon unten. Was ist denn, wenn wir wieder runter gehen und wieder zu der Plattform gehen? Okay, hier können wir nichts öffnen. Das ist auch verkleidet. Aber super geil, da denkt man irgendwie, ja, wir haben ja schon so viel gesehen. Und dann kommt immer mehr dazu. Was ist denn, wenn wir auf dieser Plattform einfach stehen? Oh, das wird ja immer hübscher. Okay, dann bleiben wir da einfach mal da. Mal schauen, was passiert. Aber schöne Farben. Das kann man nicht bestreiten. Ach. Und jetzt? Und jetzt? Alles weg? Hallo? Hallo? Wo sind die Farben hin? Wo sind die Farben hin? Ich will meine bunten Farben zurück. Dann hocke ich mich jetzt hierher und warte. Für immer. Dann muss ich kurz mal was gucken. Okay. Alles gut. So. Ah! Geht das jetzt immer wieder von vorne los mit den Farben? Das hatten wir doch. Der beste Drogentrip ever. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ich frag mich bloß, ob jetzt wieder was passiert noch. Ob er noch irgendwas sagt oder so. Ach. Schön. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt doch mal und springen da runter. Ja, aber ich würde auch nicht stundenlang auf dieser Plattform rumstehen. Ich hoffe bloß, wir sind jetzt nicht... Also ich bin jetzt nicht zu ungeduldig gewesen und dann haben wir jetzt irgendwas verpasst oder so. Geronimo! No! Äh. Oh. Thank God. You lived. You had me worried there for a moment. Äh. Now. Can we please get back to... No. No, no. What are you doing, Stanley? Please. I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. Or, if you die, we'll both go back. Why are you doing this? Wieso sind wir nicht gestorben? Wieso sind wir nicht gestorben? Okay, dann bewege ich mich jetzt nicht mehr. Dann warten wir jetzt einfach mal einen Moment. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam, bam. Und was hast du jetzt so gemacht? Mhm. Aha. Und war das schön? Ja. Ach, naja. Bei mir halt das Übliche, ne? Bisschen aufgenommen. Ah, ja. Na. Ansonsten halt. An Unikram gearbeitet. Ah, ja. Hm. Ja. So, passiert jetzt was, wenn ich mich nicht bewege? Also ich bewege mich jetzt echt nicht. Ich habe jetzt auch die Hände mal weggenommen von allem. Ich habe jetzt mal meine Hände weggenommen von allem. Und ich habe jetzt noch ein Gläschen. Während wir warten, gieße ich mir mal noch ein Gläschen ein. Mit Wasser. Für alle, die es interessiert. Denn Drink mache ich mir jetzt nicht. Es ist jetzt 13.00 Uhr 6. Und der Part geht heute noch hoch. Deswegen... Frage ich mich gerade, wie lange der nette Sprecher möchte, dass wir hier ruhig sind und verharren? Oder sollen wir einfach normal runterspringen? Aber er hat gesagt, wir sollen uns nicht bewegen. Deswegen wollte ich dem jetzt eigentlich erstmal Folge leisten. Während ich mal auf die Liste gucke, was wir noch abarbeiten könnten. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ich glaube, das haben wir auch schon gemacht. Das haben wir jetzt auch gemacht. Ach ja, hier steht noch auf meiner Lösung. Das kann ich euch jetzt kurz erzählen. Hier steht nämlich noch... Ihr wisst ja, im letzten Part habe ich das kurz gesagt. Ich habe mir aus dem Internet mal Sachen rausgedruckt, wo drauf steht, wie man noch die anderen Endings und so bekommt. Und da steht hier zum Beispiel, spielt vier Stunden lang das Baby-Spiel. Die ersten zwei können mit einem Autoklicker gemacht werden, danach kommt ein zweiter Schalter. Was ist denn das Baby-Spiel? Kann mir das irgendwer vielleicht, der das weiß, in die Kommentare schreiben? Das wäre sehr, sehr freundlich. Vor allem vier Stunden lang. Das ist nicht Let's Play-tauglich, fürchte ich. Dass wir das im Let's Play machen. Stanley Parabel Marathon. Vier Stunden lang. Schau zurück. Es ist nichts Gutes, das kann von diesem. Wir springen einfach nochmal. Vor allem, er lügt uns ja hier auch an. Er sagt, wir werden sterben, aber wir sind gerade runtergesprungen und haben es überlebt. Dernimo. Nein. Wir springen nochmal. Aber du wirst dich von dieser Plattform über und über, um es zu entfernen. Du bist wirklich bereit, dich zu töten, um mich zu halten, um mich zu fühlen. Am ich auf die Situation korrekt? Ja. Maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Oh. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Stage is yours. Geronimo! Mit Drehung! Tot. Jetzt war der Erzähler aber traurig. Jetzt haben wir ihn ganz traurig gemacht mit unseren fliegelhaft aufmüpfigen Verhalten. So, das nächste, was wir jetzt tun, ist, wir fahren wieder mit dem Lastenaufzug, springen wieder auf den Steg in der Mitte. We need milk, cereal, dish soap, spaghetti, get a thing of sugar, some bread, and coffee beans, whichever ones you like. I'll give you a call if there's anything I forgot. Thanks, sweetie. See you tonight. Okay, hier ruft eine Frau ihren Mann an und sagt, der soll Einkaufszeugs mitbringen. Spaghetti, Schokolade und Kaffeebohnen und noch irgendwas anderes. Ach ja, und Müsli. Hm. Und jetzt ist dieser doofe Sprechbalken unten. Aha. So. Nein. Auch das tun wir nicht. Oh, herrlich. Verwenden, deine Hoffnung in jemanden kann auch schwierig sein. Aber die Geschichte ist, dass die Geschichte nichts mehr über dich, all diese Zeit. Was? Really? Ich war im Mittelfdein von etwas. Hast du keine Befüße für andere? Hast du das überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu passieren? Warum? Ich weiß nicht, wie ich dich überzeugt, aber ich wirklich möchte, dass ich dir helfen. Ich zeige dir etwas Schönes. Schau mal das. Ich zeige, dass ich auf deinem Seite bin. Genau das tun wir jetzt diesmal nicht. Wir gehen durch die blaue. Wir gehen wieder durch die blaue. Nein, wir gehen durch die blaue. Ihr wollt ja mal so lange was da? you wanna find out what lies at the end of this road? You chose the world, don't let me stop you! Ohhhhh.... You see, there is nothing here. Wow... I haven't even finished building this section of the map. Because you never were supposed to be here in the first place. Broken rooms exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skilled trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. Oh. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Okay. Das probieren wir nochmal aus. Okay. I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Please rate your experience. Können wir durch die Tür. Okay, wir müssen einen dieser Schalter drücken, um halt, eine Wertung abzugeben, wie wir das finden. Also ich finde dieses Spiel eigentlich echt klasse. Gib ihm die fünf. Aha! You see, I knew I was onto something. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly. A calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Worldwide Leaderboard. Was? Ach du meine Güte. Skip die Infosequenz. Ah, okay. 21,3%. 3% haben die blaue Tür gewählt. Ach du Scheiße. Das sind wir. Guck mal, wir sind Letzter. Ist das Scheiße. Und dann steht noch drunter gerade, warum fragst du nicht deine Freunde? Oder irgendwie so. Dead Red. Ach du Scheiße. Okay. Wir gehen mal nochmal hier durch. Jetzt, würdest du sagen, das kompetitive Leaderboard hat dir unterstützt, zu gehen, durch die Türs zu gehen? Okay, ob das Leaderboard mich dazu bewegt hat, äh, Entscheidungen zu treffen, dass ich durch die Tür gehe? Naja, sagen wir mal eine 3. Hey, ich habe fast vergessen. Ich habe ein Prototyp eines neuen Spiels, das ich gearbeitet habe. Und jetzt wäre es eine herzliche Möglichkeit, es etwas Spieltesting zu geben. Das Spiel hat so viele Facetten, das ist der Wahnsinn. Wir müssen eigentlich noch einiges entdecken. Ach, Mann. Ach, du Scheiße. Was? Der Baby crawls left, towards danger. Du klickst den Button und rufst ihn zurück nach der Seite. Und wenn er der Feuer erreicht hat, du verlierst. Es ist ein sehr sinnvolles Spiel. Es geht um die desprache und die Tidee um zu endenlöslich confrontieren die Bedürfnisse der Familie. Ich denke, das Welt der Kunstwerke wird wirklich bemerksam. Aber natürlich, das Geheimsicht der Spiel wird nur klar, wenn du ihn spielst, für etwa vier Stunden. Also, warum bitte vier Stunden zu spielen, um zu erinnern, zu erinnern, Be sure to keep notes on your experience. Ah, das ist echt noch ein... Oh, Gott. Oh, Gott, das Baby kommt dem Feuer zu nahe. Oh, mein Gott. Können wir irgendwas anderes noch machen? Kommen wir da drüben runter? Nee. Ja, das Einzige, was wir jetzt hier tun können, ist das Baby in die Flammen rennen zu lassen, ne? Also nach zwei Stunden würde hier ein zweiter Schalter kommen, steht hier. Und dann müssen wir immer die zwei Schalter drücken anscheinend. Ah, ganz ehrlich, Leute, ich denke, ihr versteht das, dass ich das jetzt nicht vier Stunden spielen werde. Ich habe mal andere Sachen zu tun in meinem Leben. Das ist aber auch mal geil. Also wir müssen das Baby wohl ausnahmsweise mal in die Flammen laufen lassen. Und dann haben wir nur noch, wenn ich das richtig sehe, ein oder zwei Endings, die wir noch machen können, sofern ich die noch nicht gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Jo. Ja. 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 I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Oh, God. It's...